Mit Windows 10 hat Microsoft ein optionales dunkles Design eingeführt, das sich in den Einstellungen aktivieren lässt. Das Oktober-Update hat es dann auch um den dunklen Explorer erweitert, wozu wir bereits eine Reihe von Videos gemacht haben. In Zukunft wird das helle Design in Windows 10 noch umfangreicher sein. Denn mit dem nächsten großen Windows-Update werden essentielle Elemente wie die Taskleiste, das Startmenü sowie das Action Center auch in einer hellen Fassung zur Verfügung stehen. Wir haben bereits eine frühe Version des nächsten Updates installiert und hier könnt ihr sehen, wie das aussehen wird. In der Nacht zum Beispiel ist das weiße Theme trotz des Nachtmodus in Windows 10 einfach ziemlich grell. Am Tag dagegen ist das helle Design besonders in gut beleuchteter Umgebung, aber angenehmer zu lesen. Und ihr wisst jetzt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Microsoft bietet keine Möglichkeit, das Design automatisch abhängig von der Uhrzeit zu ändern. Apple macht das bei macOS Mojave bereits und auf der Xbox One ist das auch schon möglich. Hierzu gibt es aber, wie für fast alles unter Windows, ein wirklich gutes Programm, das ich euch heute vorstellen möchte. Auto Dark Mode ist ein kostenloses Programm, das euch genau das machen lässt. Es ist ein sehr schlankes, wirklich gut programmiertes Tool, das ausschließlich das tut, was es tun soll und daher euer System nicht unnötig belastet. Auto Dark Mode ist noch ein sehr unbekanntes Programm, sodass bei der Installation noch der Smart Screen Filter anspringt. Ihr könnt aber sicher sein, dass sich dahinter keine Viren verstecken, denn der Entwickler hat den Code öffentlich einsehbar gemacht. Der Link in der Videobeschreibung führt euch zu der Projektseite auf GitHub, wo ihr immer die neueste Version herunterladen könnt. Nach der sehr flotten Installation wird die Anwendung auch direkt gestartet. Die Benutzeroberfläche ist im Grunde selbsterklärend. Setzt einfach oben die Checkbox, um den automatischen Themenwechsel zu aktivieren. Danach könnt ihr noch auswählen, ob nur Apps oder auch das System oder sogar der Edge Browser eingefärbt werden soll. Man merkt hier aber, dass sich der Entwickler echt Mühe gemacht hat und alle möglichen Kombinationen implementiert hat. Der Edge Browser hat nämlich ein vom System unabhängig einstellbares Design. Ihr könnt zudem noch die passende Zeit auswählen, wann das Design geändert werden soll. Und dann klickt ihr nur noch auf Apply, um die Änderungen zu übernehmen. Wenn ihr die Uhrzeit nicht festlegen wollt, kann Auto-Dark-Mode anhand eurer aktuellen Position die richtige Zeit automatisch für den Designwechsel nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang bestimmen. Der Entwickler hat die Anwendung, wie bereits eingangs erwähnt, wirklich klug programmiert und keine unnötigen Tweaks verbaut, die euer System verlangsamen oder gar beschädigen können. So bearbeitet Auto-Dark-Mode nicht die Registry eures Systems. Stattdessen erfolgt der Themenwechsel mittels Windows-Aufgabenplanung. Das Programm benötigt daher auch keinen Hintergrundprozess, wodurch auch die Akkulaufzeit eures Geräts nicht beeinträchtigt wird. Noch eine coole Sache ist, dass das Design auch schnell mit der Jump-Liste vom Startmenü oder auch in der Task-Liste ausgewechselt werden kann. Es ist erfreulich, mal ein kleines Programm zu sehen, das einerseits das tut, was es tun soll, dabei nicht grauenhaft programmiert ist, sondern eine echt elegante Lösung nutzt und andererseits auch noch kostenlos und werbefrei ist. Heißt auch nicht mit irgendwelchen idiotischen Werbeprogrammen daherkommt. An dieser Stelle von mir ein wirklich großes Lob an den Entwickler. Und ja, das war's auch schon mit diesem Video. Ich danke euch fürs Zusehen und würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch von euch freuen. Wenn ihr weitere nützliche Tipps, Tricks und Tests zum Thema Windows, Surface sowie Reviews zu verschiedenen Laptops und Convertibles sehen wollt, dann lasst uns doch auf jeden Fall ein Abo da. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.